hallo liebe freunde herzlich willkommen zurück zu einem neuen angespielt shadow gun legends wurde mal vorgeschlagen schauen wir uns mal an mal wieder ein shooter spielen so gut wenn wir berechtigung haben kriegen sie natürlich alles kommen gibt den apps berechtigung und die wollen auf meine kontakte zu greifen auf meine telefonliste wollen selbstständig anrufe tätigen die wollen auf meine e mailkonten zugreifen auf meine bankkonto muss ja noch angeben also manche apps da denke ich mir echt so die entwickler sollten einfach eingesperrt werden für ihre dreistigkeit was die an apps an daten verlangen gut nach den spielen entziehe ich gerade merkwürdigen apps immer sofort wieder die berechtigung dass nichts komisches dort passiert ja schau mal erstelle deine legende machen einfach mal wer viel zu first person shooter ich freue mich über jede wird es gehen kann manchmal andauernd was hast du so eigentlich weiß ich schon was ich tue mal schauen ob das kein fehler war aber so wie asd denke ich mal wird die steuerung schon sein das werden wir schon hinkriegen das ist ja nicht so dass ich das war schon die gespielt habe ich finde sie einfach nur scheiße brünn ist für sein bier seine bach und seinen raumhafen bekannte stelle die perfekte basis für die shadow ganz da ach so aus wie bienen die ja kommen mir ist ja widerlich ja 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 petros legendary man quatsch mich doch nicht voll jetzt mission ich weiß da haben wir noch weitere waffen und so weiter hier ist echt geld krams und natürlich in weisen hier können wir sogar dünner kebab kaufen lecker gibt der name ein shadow gas ja erst okay also ihr habt ihr mir da vorgeschlagen rekrutierungsbonus menge in ihr sehr kämen du bekommst einmal täglich deinen einen einen sollt wenn du den haupt tritt system bonus für den anfang klavier ist dem kennen wir ja ein champion hat sich aufgemacht in abschaum zu jagen na los geht's missionen untersuche das signal na dann immer mit belohnen gibt es eine schöne grüne waffe öffnen die karte um die erste mission zu spielen drei punkte gibt es hier auf dieser er auf diesem planeten und wie 20 missionen nova calisto kolonie um die steuerung für schießen schieß mollot 1 Nein Mit umschaut können wir können wir rennen F1 was war ich von gedrückt um zu dem menü zu kommen Kann ich probieren wir jetzt hast du durch das kann nicht so schwer sein Okay gibt es noch gar nicht ich kann noch gar nicht schießen Erreiche das tor Dringe weiter in die basisform Ich habe mal die linke maus dass du können schießen scheinbar aber nicht Und rechter maus kann ich mal nachladen Ah doch okay wir können nur schießen wenn wir auf dem gena drauf sind Das ist ja total dumm Oder schießt der automatisch ich glaube der schießt sogar automatisch Der schießt tatsächlich automatisch Zerstöre die Flak Waffe zum tippen wechseln Der ist ja okay Reicht Nope Die da Bahn dir einen Weg durch die basis Oh wir haben Muni bekommen sehr nice Alle anspann dich doch mal Erzähl mal bitte nur schießt mal wieder welche am gegner ziele Nicht hier jederzeit Oh wir haben eine Ausrüstungsgegenstand bekommen scheinbar Aua 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 Iruk der verdorbene vier Erfahrungspunkte Ich bin so Erfahrung hier nice Gefällt mir Gefällt mir sehr gut Neue Waffe und neue Hose bekommen Trifft dich mit dem Kampfingenieur Und die Tür musste ich öffnen ja Es konnte kein anderer Huch Was habt ihr denn da schönes Wetter gleich mal wieder auf das Auf den Raketenwerfer gehen Zerstöre den Titanen Ja aber selbstverständlich Erledigt Das Drecksvieh Das war ein Riesenklopper Untersuch das Signal abgeschlossen Dienstschleife 25 Kampaprobeschleife Und Berge Vielleicht können wir noch Items mitnehmen In der Zeit Aber ich habe nichts mehr gesehen Tritt eine Gilde bei Um mit anderen Shadowguns zu sprechen Und dich mit ihnen zu messen Das bin ich Echt aus der Vergangenheit abgeschlossen Und wir haben auch nicht was gesammelt In der Zeit Okay Die Emissionsbelonen Die Waffe Die neue Wir anfangen Sponsoren Befördert Aber wir zwei Rangaufstiegsbelohnungen 700 Credits Und 50 Echtgeld Währung Wahrscheinlich Und der Weg zur Legende Dungeons gibt es auch noch Geil 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 So aber hoch Aufnahme freigeschaltet Sich den ersten sponsor Hier blind alles Ja Ich hoffe schon besser Waffe Mehr schaden Allerdings weniger Schuss pro sekunde Wahrscheinlich Dieser gegenstand hat perks Tippe auf sie Mehr zu erfahren Plus 8% Genauigkeit Für den verantworten Schatz Um einen einzigartigen Perk freizuschalten Na logo So das ist besser Wir sehen wir Ein kleines grünes Pfeil Wahrscheinlich Noch gar nichts Doch ich hatte Irgendwas Basismäßiges Angelegt So Herrlich Mr. Ranch Neuer vertrag Sicher Stammt Da Sieh Der Sponsor Ist doch Kein Echtgeld Kram Ruhm bringt Die menge geld Es gibt Einige Sponsoren Die an Der Interessiert Sind Sucht Die Ein Aus Sitzung Und Die Infos Für Jenen Vertrag Plus 100 Oder Mehr 100 100 Crate Pro stunde Weil hier unten Gibt es auch noch was Kann ich auch mehrere verträge unterschreiben Aktuelle vertrag bezahlung Ja 880 pro 4 stunden Und ja Ausland dieses auftrags zum maximale vier stunden zum hub zurück Ah ja 42 pro 8 stunden Was ja wenn man längere zeit nicht da ist 522 pro tag Das ist wahrscheinlich am schönsten Und die nächste mission von slate Oh Ganz Jetzt Hier weg Mhm Na Kommt mir die maus Danke sehr Wieder eine neue waffe Wurde ein lancer Ach nee Wäre ein lancer Dann geht es auf zur nächsten mission Neue und die haben wir schon Ach nee Werde ein lancer Ist hier glaube ich das nächste War Mehr informationen auf Ragen 3 Wir müssen eine einbruch mission starten Erobert den wachtturm zurück Jagd auf beute Einmal so eine goldene kiste Das laden dauert ziemlich lange Kills werden für das freischaden von ausrüstungs perks angeregt Das heißt je mehr gegner ich töte Desto schneller erreiche ich da meinen perks Na komm Ich hätte auch schon vom heli aus gerne schießen wollen Oh Schöne genauigkeit auf jeden fall Aber kaum was in der waffe drin Oder schießt sie so schnell Nö Die war irgendwie gerade nicht voll gewesen Hüfte münches gebiet zu sichern easy Dringend tief an den wachtturm ein Geht es auch noch lang Ob es auch versteckte wege gibt Er hat es gerade hingesetzt Ne Das scheint tot zu sein Ja komm wir einfach stehen in den Gegnern Kein Thema Ein Grunzer Ein Grunzer kenne ich nur aus Workshop 3 Eine Einheit der Orgs Er ist doch gerade hier irgendwo was versteckt oder? Garantiert Kommt ihr mit rein? Okay Aufzug auf Nein Sollen wir da stehen? Das auch nehme ich mit Will haben Okay Warum kriege ich das nicht? Will doch aber Ist doch meine Muss ich da vorstehen Dageen getreten Ey hier kommen die Goodies Ey hier ist aber Drohe Gewalt Ja Hier setzt er die wieder ein Okay Also Wasser Sah aus wie Kugeln Dass da jemand runter schießt Oder halt wie ist Tram Oh no Ich bin alleine Meine Mates sind alle weg Ich kann wahrscheinlich von unten Und ich kämpfe hier oben Dorn Da ist mir ein Dorn im Auge Wie viel leben habe ich eigentlich Für die Kürmer und Doppel Doppel drücken Funktioniert nicht Doch da ein bisschen Mit rechter Maus Das funktioniert Aua Primär Kildschleife 50 Oh Beweg dich Eine Antriebseinheit Okay Einmal kaputt machen würde ich sagen Und ich hätte es nicht geschafft Wir schulden ihr was Ja Da will ich doch hoffen Erobere den Wachtturm zurück Abgeschlossen Easy going Dienstschleife Gibt es nochmal 24 Dafür Oh ist es noch ein Gegner Ne Unsere Die Marines Die Marines konnten Den Wachtturm sichern Der ihnen als gute Operationsbasis In diesem Gebiet dienen wird Wir haben das Signal Entschlüsselt Es handelt sich um ein altmodisches SOS Aber der Absender Hat sich nicht zu erkennen gegeben Wir stehen kurz davor Die Quelle Zurück zu verfolgen Du brauchst den Englern Ich verkauf wieder ein Big Red Oder Willow Sie bezahlen mit Crads Und stellen keine Fragen Und da bekommen wir als Belohnung Eine gold Eine grüne Waffe Und drei Normale Waffen Machen wir hier aus der Mission mitgenommen Einfähigkeitspunkt Neuer Soldgeldbonus Nehmen wir dann Fähigkeiten Ab 3060 EP Du kannst besser Gegenstand ausrüsten Ausrüsten Ja logo Why not Why not Dann haben sie uns wahrscheinlich Die Ausrüsten Die wir gerade bekommen haben Einfach angelegt Verkauf Verkauf Für 5 Waffen Wäre die nächste Mission Aber meine lieben Ich würde sagen Das war es gewesen Mit dem Angespiel zu Shadowgun Legends Einen Ein Bisschen reingeschnuppert So was Auf mobil Würde ich ungerne First Person spielen Am PC ist was anderes Aber mobil ist Er so Weiß nicht Wie man sowas spielen kann Aber gut Danke fürs Zusehen Wir sind uns beim nächsten Mal wieder bei Angespielt Bis dahin Ciao Ciao Ciao